Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht die Leute aufzählen, welche mir auf meinem Weg geholfen haben. Aber ich finde es wichtiger, die Gründe meiner Entscheidung zu erklären. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, Sebastian Vettel hört mit seiner Formel 1 Karriere auf. Ihr habt eben ganz kurz einen Ausschnitt gesehen aus seinem neuen Instagram Video. Er hat ja erst vor kurzem diesen neuen Instagram-Kanal eröffnet, der dann direkt durch die Decke geschossen ist und ganz, ganz viele neue Abonnenten in ziemlich kurzer Zeit gesammelt hat. Ja, und nun hat er dort zwei Statements gepostet. Eins auf Englisch und eins auf Deutsch, wo er ja einfach nochmal darlegt, warum er diese Entscheidung jetzt getroffen hat, ja, als Formel 1 Pilot im Prinzip aufzuhören. Und es ist super spannend, super interessant, denn ja, er stellt da so ein bisschen vor. Er ist einerseits der Mensch Sebastian Vettel mit seinen unglaublich vielen Interessen und Persönlichkeitszügen und andererseits natürlich der Formel 1 Fahrer und erklärt nochmal so ein bisschen, ja, wie dieser Sport natürlich sein Leben in den letzten paar Jahren begleitet hat. Aber was halt abseits davon noch, ja, mit der Person Sebastian Vettel so passiert. Und das finde ich, glaube ich, unglaublich interessant, sollte sich jeder mal angucken. Ist gar nicht so lang, dauert vier Minuten. Wir verlinken es unten nochmal rein, das Instagram-Statement. Wir können es jetzt nicht ganz posten, sondern nur vielleicht so einzelne Ausschnitte hier gleich nochmal zeigen. Ja, ansonsten schreibt ihr schon mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Entscheidung von Sebastian Vettel. Das ist natürlich sowieso seine Entscheidung, deswegen ist es natürlich auch die richtige. Aber trotzdem, glaubt ihr, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Und wie fandet ihr das Statement, wenn ihr euch es schon ganz angeguckt habt? Schreibt das gerne mal nach unten in die Kommentare. Ansonsten vielleicht auch euer Lieblingsmoment von Sebastian Vettel einfach nochmal kommentieren. Ich meine, er ist viermaliger Formel-1-Weltmeister. Da wird schon irgendein schöner Moment mit dabei gewesen sein. Ja, schreibt deswegen mal gerne eure Meinung unten rein. Und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao. Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke. Rennfahrer zu sein war nie meine einzige Identität. Meine Definition von Identität ist viel mehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau.